Ne, nicht mit Krapern, nicht mit Krapern. Was macht ihr da alles jetzt rein, Digga? Oh, was war's? Was war da für Stückchen drin? Krieg's nicht runter. Hey, ich bin Carina. Hi, ich bin Paul. Und wir sind heute bei Wisst ihr noch und machen das Ein-Bild-Zwei-Stars-Quiz. Yes. Was? Irgendwie sieht die Person, also das Gesicht, weiblich aus, aber irgendwie auch männlich. Ich dachte kurz, dass die weibliche Person Janet Biedermann sein könnte. Echt? Ich weiß jetzt ganz sicher, wer er ist, aber ich weiß immer noch nicht, wer sie ist. Vielleicht ist sie ja doch Janet Biedermann. Probier's doch einfach. Ich glaub nicht, dass es Janet Biedermann ist. Also, er ist halt ganz sicher Lou Bega. Und ich glaube, die Frau ist Heidi Klum. Heidi Klum? Ich glaub schon, oder? Nein. Nicht? Wer war er, meinst du? Lou Bega. Okay, dann probier's jetzt mit Lou Bega und Janet Biedermann. Ne, das ist nicht Janet Biedermann. Ja! Ja! Ich wusste es! Direkt! Als du's gesagt hast. Haha! Geil! Ja, dann kriegst du jetzt einen Shot. Bist ich jetzt? Geil! Das ist ja unfair, weil ... Nee, nicht mit Kapern. Nee, natürlich. Nicht mit Kapern. Kapern, Rohrzucker und Öl. Komm, schaffst du's. Boah, das stinkt so heftig. Ja, es riecht wirklich übel. Ich glaub nicht, dass ich das kriegen kann. Es riecht wirklich übel. Boah. 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 Warte, warte. Nein! 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 Dirk Schneider und Dirk Bach. Natürlich! Natürlich! Mein Beileid. Hättest du schneller sein müssen. Scheiße! Tschüss! Oh, was war da für Stückchen drin? Richtig, Kabel kann wahrscheinlich. Oh, Kaper und Zitrone. Gar nicht geil. Ja, musst du besser werden, ne? Was ist das denn? Das könnte aber auch eine reale Person sein. So ein bisschen ... Ganz creepy. Ah! Blümchen und Geoferin? Ja. Du könnt aber auch denken, er ist ein Mädelser. Nächster Shot für dich, würde ich sagen. Mann, ja, okay, scheiße. Oh, das sieht man doch schon. Die Farbe ist doch schon wieder so freudig. Gut. Tschüss. Oh! Oh Gott! Maggi und Ingwer war das. Aber es war ein bisschen viel, Maggi. Äh, Johnny Depp und Brad Pitt? Scheiße! Ja, mir ist Johnny Depp nicht eingefallen. Jawoll! Geil! Was ist es dir schmecken? Alter, was ist das? Was war's? Keine Ahnung. Über Süßes und Maggi. Geil! Scheiße. Ich weiß sie auf jeden Fall. Ich weiß sie auch auf jeden Fall. Aber wer ist das Foto? Wer ist das? Komm, ratet mal mit. Sie ist auf jeden Fall. Ja, sie. Friends. Alles so. Aber... Aber bei der anderen? Wahrscheinlich ist es voll klar und wir stellen es einfach nur dumm an. Bestimmt. Ich versuche mal so ein bisschen schräg mein Gesicht zu machen, weil es sich auch so schräg ist, aber... Ah, warte. Was? Jennifer Lopez und... Jennifer Aniston... Taylor! Ja, natürlich! Kein Shot, oh mein Gott! Mann, ich hab keinen Bock. Mit Öl, glaub ich. Oh, mit schönem Öl. Hm. Ja. Wichtig schöne Schicht, die sich da abgedingst hat. Gönn dir, es bestimmt lecker. Ich... Das ist... Nein! Nein, es ist safe. Ah, sorry! Ich komm auf die andere nicht! Ich weiß auf die andere nicht. Es ist auf jeden Fall... Ne? Ja. Aber die hintere... Wer war das denn? Warte. Doch, ich weiß es, glaub ich. Ich glaube, Madonna und Cameron Diaz. Yes! Oh Gott, ich wär mir gar nicht sicher. Cameron Diaz war klar, aber Madonna... Mann, nein, ich will nicht, Leute! Du musst... Ich sterbe hier langsam. Magi? Na, super! Ey, ich... Kann nicht mehr. Kann echt nicht mehr, Alter. Scheiße, du schon. Na gut. Was? Komm. Gern hier. Leute! Ihr habt gesagt, die werden nicht mehr so eklig. Die werden... Oh, Leute! Was macht ihr da alles jetzt rein, Digga? Oh, das ist schlimm. Das ist so gemein. Ich will eigentlich nicht lachen, aber... Ja, ist klar! Er kommt mir gar nicht bekannt vor. Doch, ist ja nicht... Ist ja nicht dieser eine, äh... Schaut wieder. Ich sag jetzt, bei ihr ist Kelly Clarkson und... Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich komm wirklich nicht drauf. Bei ihr würd ich eher so... Drew Barrymore oder so sagen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn sie seine Haare sehen. Ich komm, ich glaub. Komm, löse auf. Roberto Blanco. Mann! Natürlich! Und Claudia Schiffer war ja ganz falsch. Ich kenn ihn doch. Aber Roberto Blanco natürlich! Vor allem Schauspieler, ne? Scheiße, ja gut, dann müssen wir jetzt beide, ne? Ich weiß nicht mal, was es bei mir war. Ich hab Kapern rausgeschmeckt, Maggi und irgendwas Salziges noch. Och Leute, was ist das denn? Warte! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Whitney Houston und Luke Perry. Glaub ich. Nicht? Okay, warte mal. Das ist doch ganz sicher ein Luke Perry, oder nicht? Mann, Scheiße, ich bin jetzt nicht normal. Ich bin... Äh... Warte mal. Boah, der Maggi kommt. Tipp, sie ist ein Model. Sie ist ein Model? Warte, ich weiß es, ich weiß es. Wie heißt sie? Naomi Campbell und Luke Perry. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hätt wirklich lieber 10 Shots Alkohol grad getrunken, als den Scheiß, Alter. Verstrafung. Ich seh schon die Ölflecken da drauf. Und dann der Rohzucker oder was auch immer das ist. Leute, ihr lacht euch da hinten alle so schlapp, ne? Einer von euch, wenn... Leute. Okay, komm. Alter, der ist auch bis zum Rand voll, Leute. Ich krieg's nicht runter. Ja, hast du gut durchgezogen. Boah. Ich bin ruhig. Ja. Ja, okay, es war mir schon ein bisschen klar. Du hattest keine Chance. Nein, ja. Aber ich gönn dir den Sieg. Danke. Ich geh jetzt erst mal meinen Magen ausspülen gehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall. Checkt unsere anderen Kanäle da ab und unsere anderen Videos. Hier unten seht ihr unsere Instagram-Kanal. Und wir gönnen uns jetzt noch einen Shot zum Abschluss, oder? Ja, komm. Komm. Ja, komm. Cheers. Prost, Leute. Ciao. Leute, ich bin echt ruhig. Was ist das? Ich bin auf jeden Fall durch. Ich auch. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal von oben irgendwo. Ja. Checkt unsere weiteren Videos links und rechts. Safe. Irgendwo hier im Bildschirm ist alles verlinkt. Kommentiert. Denkt an die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos von uns verpasst. Auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich in besserer Stimmung. Ich hoffe auch. Tschüss. Tschüss. Gem